Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Quickie mit Ingmar. Im heutigen Quickie möchte ich euch zeigen, ob es da Unterschiede gibt. Ob man bei einem Empfänger den Strom nur an bestimmten Stellen einspeisen darf oder ist das vollkommen egal. Es gibt ja so Gerüchte, man darf das nicht hier und sollte das nicht dort. Das will ich euch heute zeigen. Und zwar tue ich das anhand von REX-Empfängern, also die neuere Generation Empfänger. Alles, was hier jetzt gezeigt und gesagt wird, kann man nicht eins zu eins übertragen auf die ältere Generation der R-Empfänger, also R9 oder R9X oder in dieser Richtung. Also R irgendeine Nummer, X oder nicht X, ist egal. Die können intern komplett anders aufgebaut sein, das weiß ich nicht. Deswegen bitte im Hinterkopf behalten, das was wir hier sehen, bezieht sich ausschließlich auf die REX-Generation der Empfänger. Die REX-Generation besteht ja aus dem REX-3, so wie wir ihn hier sehen können, und aus den großen REX-Empfängern, namentlich REX-6, REX-7 bzw. REX-10 und REX-12. Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich dabei um einen Assist- oder Nicht-Assist-Empfänger handelt. Die sind intern vollkommen identisch aufgebaut. Den REX-3 können wir eigentlich gleich wieder außen vor lassen, weil der ist so klein, da gibt es keine großen Ströme. Wir haben ja nur die Möglichkeit, wenn wir Strom anschließen, noch drei Servos anzuschließen. Das macht also keinen Sinn, dort zu diskutieren. Ich darf nur da oder da Strom einspeisen. Die Anschlüsse bei einem REX-3-Empfänger sind durch die Platine durchverbunden. Deswegen haben wir auch immer an der Innenseite jeweils Minus, dann kommt Plus und außen die Signalpins. Das bietet sich an, weil man dann beim Leiterplattendesign einfach dort Durchkontaktierungen anbringt, die da eben für den entsprechenden Stromfluss sorgen. Aber der soll uns jetzt gar nicht weiter interessieren. Ihr war nur der Vollständigkeitshalber hier mit dabei. Packen wir den also mal weg. Dann schauen wir uns die etwas größeren Empfänger an. Das hier ist ein REX-12 EPC. Der hat also eine externe Stromeinspeisung, wie man sehen kann. Die kleineren REX, also REX-6 und REX-7 entsprechen diesem, wenn man sich das hier mal wegdenkt. Also wir betrachten beim REX-6 und REX-7 mal nur die Steckerleiste. Drehen wir das Ding mal auf den Rücken, dann sehen wir nämlich, wie das aufgebaut ist. Diese Leiste hier oben, die wir hier als erste sehen, und das ist die Minusleitung. Also alle Pins hier auf dieser Oberseite, ich kann das hier glaube ich auch am Gehäuse zeigen. Hier sehen wir das. Signal wäre also da oben, Plus in der Mitte und Minus hier unten. Also diese Leitung hier, diese Verbindung ist Minus. Die darunter, die wir hier sehen, ist Plus. Wie man deutlich sehen kann, die sind komplett durchverbunden. Da gibt es also keinen Steckplatz, der in irgendeiner Form elektrisch gesehen einem anderen benachteiligt wäre. Die gesamten Minusanschlüsse und die gesamten Plusanschlüsse sind richtig schön solide, mit einer Leiterbahn höchstwahrscheinlich darunter und viel Kupfer durchverbunden. Auf der anderen Seite, die wir zu Anfang schon hatten, sind die Pins mit Signal. Das heißt, diese Anschlüsse, diese Lötanschlüsse sind nicht miteinander verbunden, sondern gehen direkt über kleine Filter direkt auf die Platine und sind am Mikroprozessor angeschlossen. Das ist eigentlich schon alles, was man zu einem REC 7-8, äh REC 6-7 sagen kann, denn der hat ja das hier hinten alles nicht. Das heißt, dort haben wir komplett durchverbundene Stromschienen, kann man schon fast sagen. Da ist es vollkommen egal, an welchem Pin ich Strom einspeise, die sind alle sehr solide miteinander verbunden. Gucken wir uns also etwas genauer die etwas größeren Empfänger an. Und das ist hier eben der REC 12 bzw. der REC 10. Warum sage ich beziehungsweise der REC 10? Nun, REC 12 und REC 10 sind identisch. Die haben die gleiche Platine, die haben auch die gleichen Stecker. Das Einzige, was dem REC 10 fehlt, ist dieser EPC, diese EPC-Leitung. Den REC 10 gibt es nicht als EPC. Er besitzt aber diese beiden Lötpunkte, wo man sich selber, wenn man denn möchte, sogar diese Stromzufuhr anlöten könnte. Grundsätzlich haben die beiden großen Empfänger auf der anderen Seite eine Steckerleiste. Die ist, wie man sehen kann, genauso aufgebaut wie die größere Leiste. Sie hat nämlich auch eine Stromschiene für Minus, eine Stromschiene für Plus. Das ist ebenfalls komplett vom ersten Stecker bis zum letzten Stecker durch verbunden. Und auf der Oberseite oder Unterseite, je nachdem wie man möchte, auf der Prozessor-Seite könnte man ja sagen, sind auch hier die Pins einzeln und gehen direkt an den Prozessor. Das Kompliziertere dabei ist, bei so einem Empfänger, wie sind denn jetzt die Stromwege von dieser Seite zu dieser Seite? Beim REC 10 gibt es hier an der Steckerleiste zwei Anschlussplätze, die mit Bat wie Batterie gekennzeichnet sind. Die sind gedacht, damit man da Strom einspeist. Jetzt könnte man ja sagen, okay, hier darf ich Strom einspeisen, aber was ist denn, wenn ich hier Strom einspeise und hier meine ganzen hungrigen Servus dranhängen? Das ist doch bestimmt nicht gut. Ja, rein theoretisch ist das schon richtig. Der Strom muss hier durch die gesamte Leiterplatte durch. Das ist bei den EPC-Empfängern, also wie bei diesem hier, natürlich nochmal verschärft, denn ich speise ja auch die beiden Kabel nicht etwa hier an der Steckerleiste direkt ein, sondern die sind hier auf zwei Lötpads aufgelötet. Und auch diese Lötpads müssen ja nun intern hier in der Leiterplatte irgendeine Verbindung zu dieser Steckerleiste und zu dieser Steckerleiste haben. Das kann man nicht sehen von außen, denn die beiden Lötpads sind hier weder auf der Oberseite noch auf der Unterseite mit irgendwelchen Leiterbahnen verbunden. Anders ausgedrückt, die Verbindung von den beiden Lötpads, von diesen beiden Lötpads, das andere waren die Antennen, zu den Steckerleisten erfolgt im Innern der Leiterplatte. Da können wir nicht reingucken. Also wissen wir nicht, ob da jetzt irgendwelche kleinen, feinen, dünnen Leiterbahnen verlegt worden sind. Naja, man kann es sich eigentlich schon denken. Das macht kein Entwickler eines Empfängers, der dafür gedacht ist, wo zehn oder zwölf Servos rankommen. Der wird da schon was Dickeres vorgesehen haben. Im Extremfall gehe ich von aus, ist das eine komplette Kupferfläche, die hier unten drunter sitzt. Oder besser gesagt, es sind zwei komplette Kupferflächen. Einmal für Plus, einmal für Minus. Um das etwas genauer anzuschauen, habe ich da ein paar Messungen gemacht und die blende ich euch jetzt mal ein. Ich habe verschiedene Widerstände gemessen. Und zwar habe ich einen Widerstand gemessen von diesem Pin zu dem Pin. Besser gesagt, das war die Signalseite. Von diesem Pin Minus zu diesem Pin Minus und von diesem Pin Plus zu diesem Pin Plus. Das gleiche auf dieser Seite. Dann habe ich ebenfalls gemessen, wie ist der Widerstand von dieser Steckerseite zu dieser Steckerseite. Und ich habe den Widerstand gemessen von diesem Pin zu der Seite und von diesem Pin zu der Seite und von dem Pin zu der Seite und von diesem Pin zu der Seite. Also einmal richtig ringsrum, kreuz und quer. Die Werte sind alle in Milliohm logischerweise, sonst wäre es ganz fürchterlich. Und da wir uns als Modellflieger eher mit Spannungen, denn mit Milliohms auskennen, habe ich auch noch ein bisschen rumgerechnet. Und zwar habe ich mal angenommen, wir schicken durch den Empfänger, sei es jetzt hier durch das EPC-Kabel oder durch die zwei Bud-Anschlüsse oder wir haben irgendwo anders Strom angeschlossen, schicke ich mal drei Ampere durch den Empfänger. Wenn ich einen Strom durch ein wie auch immer geartetes Gerät schicke, welches einen wie auch immer gearteten Widerstand hat im Milliohm oder wie auch immer Ohmbereich, dann fällt über dieses Gerät eine Spannung ab. Ich habe jetzt also bei diesem Empfänger, speziell bei diesem REX 12 EPC gemessen, habe drei Ampere durch das EPC-Kabel fließen lassen. Und der Worst-Case war von diesen Pins hier rüber, also diagonal, leuchtet auch ein, ist der längste elektrische Weg. Da wäre der Worst-Case-Fall. Das heißt, über diese Geschichte hier fließen drei Ampere, hier lang, ins Servo, wieder zurück und wieder hier zurück. Also hin- und rückweg gemessen. Dann fallen über diesen kompletten Empfänger, also über den kompletten Empfänger aller Anschlüsse, aller Leiterbahnen, aller Kontakte, nur nicht mitgerechnet das Kabel zum Servo und auch nicht mitgerechnet das Kabel zum Akku. Dann fallen über diesen gesamten Empfänger 40 Millivolt ab. Also 0,04 Volt. Das ist extrem wenig. Nur mal als Beispiel kann man sich dann vielleicht etwas besser vorstellen, was 40 Millivolt sind. Ich habe das gleiche mal gemacht für einen JR-Stecker. Also drei Ampere über einen Steckerkontakt. Gemessen hier vor dem Kontakt bis hier hinter den Kontakt. Also ohne Kabel, wirklich nur den Steckverbinder. Das sind bei drei Ampere 23 Millivolt. Also in der Nähe dessen, was hier im gesamten Empfänger verloren geht. Gar nicht mal so schlecht. Wenn wir dann noch uns vielleicht das ganze Kabel mal anschauen. Wie viel Spannung verliere ich denn über ein, das sind etwa 15 Zentimeter hier. Das ist gar nicht mal so ein schlechtes Kabel. Das hat 0,35 Quadrat, wenn ich mich nicht schwer täusche. Das ist 15 Zentimeter lang. Bei so einem Kabel habe ich einen Spannungsverlust von 94 Millivolt. Also das Doppelte dessen, was hier im Empfänger verloren geht. Anders ausgedrückt, das was wir hier im Empfänger an Spannungsverlust haben, können wir schlicht vernachlässigen. Und da ich ja hier schon den Worst Case gemessen habe, also die schlimmstmögliche Variante, geht natürlich alles andere erst recht. Das heißt, ich kann auch hier, wie schon bei den REC 6 und REC 7, da war es ja einfach, weil es hier einfach nur eine Steckerleiste hat, die richtig solide durchverbunden ist, auch hier sagen, es ist vollkommen egal, wo Strom eingespeist wird. Ich kann das über das, klar, wenn man einen EPC-Empfänger hat, wird man Teufel tun, das woanders einzuspeisen. Ich kann das natürlich über das EPC-Kabel einspeisen. Ich kann aber auch, wie beim Rex 10, der so ein Kabel nicht hat, die beiden Butt-Anschlüsse verwenden. Logisch, dafür hat Yeti sie auch vorgesehen. Ich kann aber auch, wenn ich möchte, an jeden anderen Pin einspeisen, da wo halt kein Servo steckt. Und wenn da ein Servo steckt, dann brauche ich ein V-Kabel. Also bei den Rex-Empfängern zusammengefasst brauchen wir uns, was die Stromeinspeisung betrifft, keinerlei Gedanken machen. Wir können an jedem beliebigen Pin, wirklich an jedem beliebigen, also egal, was hier dran steht, X oder A oder E oder wie auch immer, können wir unsere Spannung einspeisen, unseren Strom, unseren Akku und können an den anderen Pins die Servos anschließen und Strom entnehmen. Das ist eine tolle Konstruktion. Das haben die wirklich sehr solide gemacht, die Yeti-Konstrukteure. War fast zu erwarten. Da es aber immer wieder Diskussionen darüber gab, dachte ich, okay, mir steht dieser Rex 12 zur Verfügung. Den habe ich dankenswerterweise von der Firma Hacker bekommen. Der tut leider nicht. Der ist also schon von Haus aus kaputt. Deswegen durfte ich den auch zerlegen und ich durfte da auch beliebig kreuz und quer messen. Ich kann da nichts mehr dran kaputt machen. Der ist schon nicht mehr in Ordnung. Aber es war natürlich super, dass ich einen zur Verfügung hatte, denn einen Rex 12 habe ich nicht bei mir. Das Größte, was ich hätte, wäre einen Rex 10 Assist gewesen. Hätte ich aber erst aus dem Modell ausbauen müssen. So finde ich das natürlich viel schöner. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Quickie mit Ingmar wieder. Bis zum nächsten Mal.